ja hallo mich ein kurzer rucksack und immer willkommen an diesen fantastischen tag zum besten video aller zeiten die teuersten supercar crashes aller zeiten ja das ist unser thema heute ja das video ist zwei jahre alt vielleicht sind die letzten zwei jahre noch ein paar richtig teure crashes dazu gekommen die wagen werden ja auch immer teurer aber wir schauen uns das trotzdem an ich will trotzdem wissen was war 2018 denn das teuerste was gecrashed ist das ist wissenswert und ach komm attacke die leute und herzlich willkommen bei wissenswert unfälle sind immer ein ärgernis wenn sich die leute dabei verletzen doch heute haben wir glücklich das stimmt also hoffentlich verletzt sich dabei keiner blechschaden ist auch schon traurig genug für die besitzer wenn du hart erspart das haus das geld für das auto und dann das schrott je nach versicherung ist natürlich dann schon nicht schön weise nur blechschäden für euch allerdings extrem teure wir zeigen euch wie menschen in sekunden hunderttausende euro hier sind die größten supercar crashes legen wir los mit diesem roten audi r8 hier im englischen yorkshire country der besitzer des wagens will den audi von seiner besten seite präsentieren und dreht erst mal ein paar runden im kreisverkehr und dann ist es auch schon geschehen und dann und dann und dann und dann und dann der fährt er langsam eigentlich okay jetzt gibt er gas okay haftung verloren nein das war das okay das sieht aus weiter geht es mit diesem crash nein aber wahrscheinlich überrascht davon dass es auch noch andere verkehrsteilnehmer gab ich finde es auch total also warum sind andere verkehrsteilnehmer wenn du mit einem luxuswagen nachher ist nein diese beiden italienischen fahrer beobachten gerade einen neuen ferrari der gleich stark die kontrolle verlieren wird es regnet ok nein dieser lamborghini setzt sich sogar selber in brand nein was dieser ferrari fahrer gleich wagt ist einfach nur unfassbar unfassbar dumm auch ein polizist ist gerade dabei dem falsch parker ein strafzettel zu verpassen und dann will die gewillt es nicht wahrhaben doch das macht das ganze nur noch schlimmer das ist aus wie new york besser nein nein sei doch bitte ein bisschen lieber im straßenverkehr besonders dass es dumme ist ja das strafen hat er ja sowieso bekommen er wäre vielleicht nett gewesen und so zum polizisten kann ich noch wegfahren oder so können sie das vielleicht zerreißen oder so ich war nur eine minute da dann ist es nochmal was anderes aber dann halt so aus der fahrer dieses über eine millionen euro teuren bugatti ist wohl am steuer eingeschlafen und steuert hier direkt in den see oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit nein dieser ferrari fahrer wird überrascht von zwei anderen fahrzeugen die mit ihm die straße teilen und es wird echt knapp wie kann man das denn bitte nicht sehen dass man auf so ein auto aufhärt ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht auch dieser ferrari fahrer überschätzt eindeutig die leistung des autos und verliert die kontrolle in der kurve das tut einem aber auch weh ne der blechschaden wenn man schöne autos mag alter schwede der audi r8 fahrer in diesem video blinkt einfach viel zu spät und verursacht dann sogar eine massen karambolage kommen wir zum nächsten audi fail dieser fahrer fährt über rot einfach direkt in eine straßenbahn rein was ach da also ganz ehrlich vielleicht einfach mal also wenn es kein technischer effekt ist einfach lebenslang sperren am besten auch fuß gegen hat er darf nicht mehr fuß kein verrat fahren mehr nichts mehr wer so etwas macht ohne technische probleme am auto sollte vielleicht lebenslang kein verrat mehr fahren dürfen also ganz ehrlich was ist denn eure meinung schreib mal ja genau schreib mal in den kommentaren rein wie ist das denn deine meinung bei so einem unfall alter schwede dazu manchmal muss man auch einfach sagen dass es nicht ganz unverdient ist aber wir wünschen auch dem größten angeber keinen unfall schreibt eure meinung mal in die comments wir sehen uns das nächste mal macht's gut ja es ist echt heftig gewesen mein name ist michael kurzer ich bin der rucksack unternehmer ich habe noch zwei weitere videos für dich check die auch aber ich bin raus ciao